In den letzten Videos haben wir gesehen, wie man einfache Objekte markiert haben und ausgeschnitten haben, sodass man dann andere Hintergründe setzen konnten und hier schauen wir uns mal an, wie wir das machen, wenn wir hier so Feinheiten haben. Hier kommen wir mit dem Zauberstab oder Vordergrundauswahl nicht so weit. Ja, zum einen muss man wissen, wir können hier Bildern eine Ebenenmaske hinzufügen, also wenn wir hier sagen, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft, dann passiert folgendes, wenn ich jetzt hier einen Stift hernehme und mal hier mit der schwarzen Farbe auf dieses Bild drauf, dann kommt das hintere Bild zum Vorschein und wenn ich diese Farbe tausche, also wenn ich jetzt den Pinsel weiß einfärbe, dann kann ich hier das ursprüngliche Bild wieder herholen. So, vielleicht wissen oder ahnen manche schon, worauf das jetzt hinausläuft. Ich habe jetzt hier was vorbereitet, ich habe also hier diesen Hintergrund und dieses Bild will ich so entsprechend herrichten, dass nur der Himmel ausgeblendet ist. So, wie mache ich das? Ich wähle dieses Bild aus, dann mache ich erst mal eine Kopie und auf dieser Kopie werden wir jetzt entsprechend arbeiten. Wir gehen hier auf Farben, dann auf Komponenten und den Kanalmixer, also Farbenkomponenten, Kanalmixer, so, schieben wir das mal hier rein und dann brauchen wir hier schon mal dieses Häkchen bei Monochrom und das sieht man schon mal, okay, jetzt haben wir schon mal ein schwarz-weiß und da wir hier diesen blauen Bereich hier bearbeiten wollen, werden wir hier wohl ein bisschen mit der Blau experimentieren, hier das sieht doch schon mal ganz gut aus, man muss hier aufpassen, je weiter wir hier diesen Schieber nach rechts schieben, desto mehr werden hier diese Feinheiten ausgeblendet, also hier sieht man diese dünnen Äste nicht mehr, darum gehen wir hier ein bisschen zurück. So, und sagen, okay, jetzt haben wir ein schönes schwarz-weiß Bild und jetzt müssen wir die Farben erst einmal entsprechend umkehren, hier sagen wir auch Farben invertieren und das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, dieser schwarze Bereich, der wird ja dann später durchsichtig und jetzt muss man schauen, dass wir hier nochmal so ein kräftiges schwarz bekommen, weil wir hier sonst keine vollständige Transparenz haben. Ja, wie machen wir das? Da gehen wir auf Farben wieder und dann auf Werte. So, kann ich das hier runter schieben? Ja. So, was ist jetzt das für eine Darstellung? Auf dieser Ebene sieht man die verschiedenen Anteile von schwarz bis weiß und je nachdem, also an der Stelle haben wir so viel schwarz, an dieser Stelle haben wir so viel von diesem Grauton, an dieser Stelle haben wir so viel von diesem Grauton und an dieser Stelle haben wir so viel von diesem Weiß. Wenn wir jetzt hier diese Schiebe, Pfeile etwas nach innen verschiebt, dann kann man hier entsprechend den Schwarzwert und den Weißwert entsprechend angleichen und dann sagen wir OK. So, man sieht jetzt deutlich diese Abgrenzung, diese Feinheiten und hier müssen wir halt noch folgendes machen, hier nehme ich einfach einen großen Pinsel und mal hier einfach mit weiß drüber, also hier noch mit dem Pinsel entsprechend nacharbeiten. Das hier braucht man nicht mehr und dann haben wir eigentlich diese Bereiche, die wir stehen lassen wollen, im Weiß sauber ausgemalt. So, wie geht es jetzt weiter? Wir brauchen hier bei diesem Bild eine Ebenemaske, Ebenemaske hinzufügen oder hier unter Ebene, wichtig ist, dass das Originalbild, also dieses hier ausgewählt ist und dann sagt man hier Ebenemaske. Ebenemaske hinzufügen, Weiß volle Deckkraft und hinzufügen. So, man sieht jetzt hier an dieser Stelle, hier hat man eine weiße Fläche daneben bei diesem Bild. Und dieses Bild nehme ich jetzt und sage kopieren. Ich finde es nicht. Bearbeiten, kopieren. Und dann kann ich hier drauf gehen und sagen einfügen. Oder STRG V. So, und dann schwebt die erstmal hier rum, diese eingefügte Ebene. Ich kann hier aber auf den Anker drauf gehen und die entsprechend hier vereinen. Und man sieht hier jetzt, vorher war diese Maske entsprechend nur weiß. Jetzt habe ich dieses Bildchen drauf und wenn ich jetzt unsere Bildkopie ausblende, dann habe ich diesen neuen Himmel entsprechend drauf.